Die Möglichkeit, den Gürtel zu binden Dabei wird der Gürtel einfach um den Bauch gewickelt Auf dem Rücken entsteht dann eine gerade Linie Weiter erklärt er Das war auch richtig Aber der Grund, warum ich jetzt hinten überkreuzt habe Wenn man die ganze Woche, jeden Tag, mindestens zwei Stunden trainiert Wird der Rücken doch ziemlich belastet Das Gürtelkreuz hilft, den Rücken zu entlasten Bevor man sich absetzt, soll man den Unterbauch anspannen Konzentration auf den Bauch Dies ist sehr wichtig Ohne Konzentration sieht es so aus Bei Rei, die Hände links Links, rechts und zurück Rechts, links Bei der Verbeugung drei Sekunden Zeit lassen Kanazawa Shihan erklärt jetzt die genaue Abfolge der Atmung beim Gruß Das ist sehr wichtig Das ist sehr wichtig In 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 Then Out 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 In Out 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 Wenn Sie den Rücken rund machen, bekommen Sie mit der Zeit Rückenprobleme. Bringen Sie Ihren Körper und Ihre Schnelligkeit zusammen. Wenn Sie es nicht verstehen, richtig zu atmen, werden Sie nie Harmonie zwischen Körper und Schnelligkeit erreichen. Harmonie, Atmung und Konzentration. Kanazan Shiham demonstriert eine Methode, sich mit Atemtechniken aufzuwärmen. Beachten Sie die Abfolge der Atemzüge. In Popsa, Atemzüge. Inssere Zitzen stöte man den roten llendash... In estás! Ah, das ist ... In ... Ah ... In ... Ah ... In ... Ah ... In ... In ... Thank you ... Ah ... Auf ... In ... And ... Out ... In ... 1 Einmal! Einmal! Ab. Achtung! Aya! Jum! Ab! Jum! Ab! Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Hüfte bleibt in abgedrehter Position, während sich beide Arme bewegen. Erst im Moment der endgültigen Streckung des Armes wird die Hüfte stark nach vorn gestoßen. Hüftdrehung und Fauststoß müssen harmonisch aufeinander abgestimmt sein. Hüftdrehung und Ausatmung finden zur selben Zeit statt. Harmonie ist die beste Technik. Diese Technik ist gut für sie und gut für den Charakter. Die Grundlage für Oizuki, das hintere Bein wird schnell an das Standbein herangesetzt. So wäre es falsch. Zum Standbein heranziehen. Dann bis drei Viertel der Schrittlänge nach vorn einatmen und im restlichen Viertel der Schrittlänge ausatmen. Das ist die Grundlage von Oizuki. Den Arm halb heranziehen. Genauso wie vorher. Halb heranziehen und dann drehen. Halb heranziehen. Halb heranziehen und Bosch auch dabei im Punkt. atedgültig. These halb her anziehen. Den Seee! Итак. Alsتهzen Willkommen in jeneen